Hallo Leute, wir machen heute eine Smoothie Challenge. Hier sind die ekligen Zutaten. Haben wir hier einmal Spargel, dann Silberzwiebeln, dann Fisch, also Dorschleber, dann Senf. Das sind Febaronis, das sind die Anfangszutaten, Erdbeerdrink, dann kommen wir zu den leckeren Zutaten. Hier haben wir einmal Erdbeeren, Kirschjoghurt, Erdbeersauce, Kirschen und Marmelade, Sanddorn, Erdbeere. So, das sind Alina und Janine und die machen heute mit. Dann fangen wir mal an, ne? Ich fang an. Soll ich das bei jedem schon mal reinmachen? Ja. Ja. Pflitzer. So lang. Ha. Erdbeeren. Scheiße. Das ist doch egal. Wir wollten noch mehr schreiben, ne, wo es hell ist? Die sind gefroren! Zwei oder noch mehr? Ne, zwei reichen. Egal was ihr hier ist. Erdbeersaufe! Yeah! Also nicht so viel, ne? Ja. Lecker! Hier, wo man hat. Was ist das? Ja. Spargel! Oh, ist das wies! Du musst auch zwei Spargelspitzen reinmachen. Ja, hierher. Und stark, ne? Du musst zwei Stück reinpacken, ne? Ja. Gut. Das ist ein bisschen schweig. Boah, sind sie ekelig. Schmeckt bestimmt gut. Na ja, sie kann ich bekommen, dass sie den Fisch nicht hat, ne? Oh, den hab ich bestimmt, Alter. Okay. Steigきます, ne? Geht's gut. Kerstin, ne? Ja, das ist so gut, ne? Du bist so gut... Ja, du bist so gut. dann guckt ein bisschen richtig, ne? Kerstin. Kerstin, wir haben hier keinen Aushen. Das ist nicht geil. Joghurt! Entschuldigung! Mach einfach so rein. Ey, übertreib mich! Oh mein Gott, ey! Schau, ich kenne dich die warme da, du siehst die Finger, ey! Ben! Scheiße! Der Frisch ist aber immer noch übrig. Ja, das war jetzt auch noch übrig. Ja. Und Peperoni. Aber das muss doch ehrlich nichts übrig machen. Und das merkt man richtig aus. Ja. Was ist denn da? Es gibt nur noch die Warme-Lade von dir, ne? Scheiße, dann hat sie da jetzt noch was Schlechtes drin. Zwiebeln! Ja, ich finde es gar nicht gut ist, oder was? Zwiebeln! Das passt ja gar nicht! Oh, bitte, ich hab das. Bitte, ich hab immer nur da drin. Riech mal! Oh! Oh, ey! Oh, ey! Das geht nicht! Nein! Lecker! Oh, das will ich verarschen! Zwei! Ey! Ich mache noch drei! Ich kann doch die Züge nicht! Boah, ey! Riech doch mal dran! Der riecht doch lecker! Ey, das ist doch jetzt schon so geil, aber... Genau! Das kann ich auch mal auf dem Katschle! Ich will jetzt nachher die Züge machen! Erdbeermarmelade! Boah! Du hast nur lecker, oder? Ja, außer deinen Dings-Fuß gerade! Ich hab' gar nichts besser! Da kann man sogar dran! Oh, was ist denn das? Das geht nicht! Ich hab' die ganze Marmelade da drin! Ich hab' die ganze Marmelade da drin! Was geht? Ja, ich hab' übertragen... Ja, übertragen... Nein, 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 nein! Sag' mal! Sag, Leute, du bist nötig! Weil ich jetzt auch nicht Fisch kriege, ne? Ja, schau mal vor! Ich hab' den Fisch! Ich hab' den Fisch! Ey, ich krieg' gar nichts mehr, ne? Geh' doch schon durch! Das ist doch fies! Tepperoni! Das ist halt... Das ist dein Ernst! Ey, ich hab' nur keine Zutaten, Mann! Ja, und ich hab' diesen... Ich krieg' den Fisch! Aber schon riecht man nicht! Scheiße! Ich krieg' das! Aber nur eine, bitte! Okay, nur eine! Ich heiße Tepperoni! Oh, die ist riesig! Ja! Die musst du reinmachen! Eine war okay, aber die musst du reinmachen! Ich hab' das ja in zwei gesehen! Ja, okay! Jetzt könnte ja noch was anderes ausgehen! Oh, ich hab' nur Gute! Aber da hab' ich trotzdem noch die Zutaten! Ich hab's nicht echt nicht! Aber heftig hätt' ich nicht gedacht! Ich will das nicht da reinmachen! Wirst du mich verarschen? Hast du noch ein bisschen Marmelade dran? Nein! Was ist hier alles rübergelaufen? Einen Tropfen Salz hier! Ey, das riecht wie Thunfisch! Nein, ich hasse Thunfisch, Mann! Äh! Oh, was ist das? Ja, Marmelade mit Fisch! Ja, Marmelade mit Fisch! Mmh! Ja! Mann! Das macht da zum Ecken und Kaschen mehr! Ey, davon machst du jetzt schön viel rein, ne? Ne, das reicht! Das ist echt krass! Das ist krass! Also, du musst nur noch mal zwei Barmoni lang machen! Na gut! Aber das ist Fisch! So? Ja, und mir ist auch egal! So? Ja! Ja! Ok! Jetzt hab' ich da auch noch Öl drin! Eigentlich ist Männer richtig lecker! Dann war von dir in dieser Scheiß da reingekommen! Den gehen wir jetzt wechseln, ne? Ich will, ey! Ich will! Boah! Aber Männer riecht auch mal auf deinen, äh, den Zwiebeln! Ich weiß! Ja, ne? Ich weiß! Ich weiß! Ja, ne? Das ist doch unfair! Das ist unfair! Das ist unfair! Das stimmt jetzt zu tun! Also, wir haben das jetzt gemixt! Und hier haben wir noch, äh, ein Glas jeweils mit, äh, normalem Erdbeersaft, ohne sie zu trinken zu nachspülen! Ja! Gut! Wer fängt an? Ich, oder? Ja! Ach ja! Das riecht so ekelig! Wie fühlt das nicht? Einen kleinen Schluck? Kleinen Schluck! Einen kleinen Schluck! Einen kleinen Schluck! Einen kleinen Schluck! Er schmeckt auch nicht! Doch! Hahaha! Ich hab's nicht aufgeklassen! Hahaha! Ey! Das schmeckt gar nicht! Bäh! Ach, hier ist echt, ja? Ja! Ja, das war ganz ehrlich, wo du wirst dich nicht mehr ankommen. Ja, auch wenn ich mir Ziele sah. Ja, war doch klar. Oh Scheiße, Alter. Oh, man sieht aber echt mit Ziele sah. Ähm. Einmal noch ein Stückchen von der Pippa-Roni. Danke? Ja, das ist heiß. Okay. So, das war es jetzt mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch und abonnieren natürlich, nicht vergessen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.